Das ist schon heftig. Ja, ich glaube, die Spieler sind es mittlerweile schon gewohnt, dass es jede drei Tage natürlich Spiele gibt, aber dann ist es auch wichtig und auch für die Moral der Mannschaft, dass man natürlich ein gutes Ergebnis hat. Das hat die Mannschaft bis jetzt, außer diese zwei Unentschieden, aber gegen Leverkusen habe ich nur die Zusammenfassung gesehen, da kommt es natürlich in beide Richtungen hin. Und gegen Leipzig hat Bayern natürlich die letzten paar Spiele schon Schwierigkeiten gehabt und dann ist es gut, wenn man mit einem 2-0 zurückliegt und am Ende 2-2 vielleicht auch noch gewinnen konnte, aber auch noch verlieren. Ich muss nicht vergessen, die überragende Rettung von Ulrich, weiter aus dem Strafraum. Und ja, jetzt ist das nächste Spiel, aber deshalb war es so wichtig, das erste Spiel gegen Bayern United zu Hause zu gewinnen, damit man hier natürlich nicht den Druck hat, wenn man Punkte liegen lässt in dem ersten Spiel, dann weißt du selber, was direkt draufkommt. Absolut. Du, wenn ich dich jetzt schon mal hier habe als ehemaligen Weltklasse-Stürmer, der natürlich auch immer noch ein hervorragendes Auge für Stürmer hat, lass uns über the one and only sprechen, Harry Kane. Er trifft wie im laufenden Band, er ist unfassbar spieldienlich, gibt viele Vorlagen. Ja, überragend. Ich meine, ich habe letztes Jahr schon oft darüber gesprochen, braucht Bayern einen Stürmer, da haben wir auch regelmäßig gesagt. Ja, weil durch die ganze Geschichte hat Bayern immer einen Ausnahmestürmer gehabt. Ich dürfte selber auch einer in dieser Reihe sein. Du warst einer, ja. Ich dürfte selber auch in dieser Reihe sein und deshalb bin ich schon sehr glücklich, dass Bayern wieder einen Ausnahmestürmer hat mit Harry Kane und er macht das bisher überragend. Das spielt eigentlich genauso, wie er das bei Tottenham auch gemacht hat, nicht nur vorne drin, auch ein bisschen im Mittelfeld fallen lassen, Vorlagen geben. Da hat man auch, ich meine, hätte Musial das Tor gemacht, hätte Harry Kane wieder eine Vorlage gehabt. Das zeigt schon, wie schnell er integriert ist in die Mannschaft. Und die Mannschaft weiß auch, was sie an ihnen haben, dass er Vorlagen geben kann und Tore schießen kann. Und das ist natürlich immer gut für eine Mannschaft, wenn du weißt, der macht das schon vorne drin. Ja, und der ist auch, finde ich, für das Spiel auch abseits der Tore unfassbar hilfreich. Also, ja, der ist extrem gut, den Ball mal tropfen, schattet sich immer ein, arbeitet gut mit zurück. Ist ja auch extrem wertvoller Stürmer. Ja, absolut. Ich meine, das ist natürlich nicht das Allerwichtigste, dass er gut mit zurück nach hinten arbeitet. Aber, wie vorhin angesprochen, ich glaube, der trainiert, der spielt ein bisschen so, wie er das bei Tottenham auch gemacht hat. Da hat er natürlich mit Son auch schon schnelle Stürmer neben ihm gehabt. Das hat er jetzt mit Sané, Coman, Tell, Gnabry, hat natürlich auch vier überragende Außenstürmer. Da kann er natürlich auch abspielen. Und das hilft es auch, wenn er weiß, dass er so viel Qualität um mich herum hat. Das ist schon auch eine Wahnsinnsquote. Manche sprechen ja von Sanés bester Zeit, seitdem er beim FC Bayern ist. Wie siehst du es? Ja, genau so. Ich meine, er hat natürlich die Zeit davor überragende Spiele abgeliefert. Dann gab es auch mal ein bisschen ein Spiel dazu, wovon viele gesagt haben, uh, uh, uh. Und jetzt diese Saison, seit dem ersten Spiel bis jetzt, spielt er überragend. Er macht viele Tore. Fast jedes Spiel ist auch sehr torgefährlich. Und mit seinen Fähigkeiten. Ich meine, der kann auch noch einen Freistoß schießen, Flangen geben. Unglaublich schnell. Das hat man auch beim Tor gegen Leipzig wieder gesehen. Und der ist im Moment unglaublich wichtig für die Mannschaft. Wie geht man jetzt so ein Spiel an? Natürlich kommst du hier als FC Bayern München, glaube ich. Ja, das ist klar als Favorit. Der dänische Meister in Kopenhagen ist natürlich erster in der Liga bei sich. Ich glaube auch da relativ unangefochten. Kann eine Mannschaft sein, die aber auch hinten raus nochmal überraschen kann? Oder wie siehst du das? Ja, natürlich. Ich meine, in der Champions League gibt es überhaupt keine leichte Gegner mehr. Und ich meine, ich habe dann hier zwar einmal gespielt, war gegen die Nationalmannschaft. Aber ich habe schon mal Bilder gesehen, dass hier auch die Fans auch richtig losgehen vor dem Spiel. Die Stimmung wird überragend sein morgen. Und man muss auch nicht vergessen, dass Kopenhagen natürlich ein Unentschieden geschafft hat. Das erste Spiel in Istanbul, was natürlich auch immer ein schwieriges Auswärtsspiel ist, Galatasaray. Da sage ich schon, dass die auch Qualität haben. Natürlich, als Mannschaft hat Bayern natürlich mehr Qualität. Aber den Gegner wird es die Bayern nicht einfach machen morgen. Der sieht aber so recht ordentlich aus, glaube ich. Du hast im Stadion auch schon gespielt, hast gesagt. Die Akustik wird relativ gut sein hier, oder? Nein, ich habe mal Bilder gesehen von uns an der linken Seite. Da werden, glaube ich, ziemlich viele Heimfans sitzen, die immer mit Spalieren vor dem Spiel machen. Ich bin gespannt, was die morgen machen. Aber ja, das war vor kurzem das Spiel gegen Brünnbü, was hier natürlich zwei Rivalen sind. Und wie schon gesagt, die haben nichts zu verlieren in der Champions League. Die sind in einer Gruppe mit Bayern und Main-Uniters Favoriten. Die denken vielleicht, den dritten Platz müssen wir mit Galatasaray ausmachen. Und deshalb sind die mit den Unterschieden angefangen. Und die haben natürlich morgen nichts zu verlieren. Weil jeder denkt und geht davon aus, dass Bayern gewinnt. Und das sind durchaus Gegner. Das sind die leichtesten Spiele, wenn man so anfangen kann. Jetzt sprichst du es an für Kopenhagen. Wenn du nichts zu verlieren hast, die leichtesten Spiele. Wie ist es, als Bayern-Spieler in so ein Spiel zu gehen? Wenn du weißt, du bist der Favorit, ändert das was? Ich glaube, Bayern geht jedes Spiel als Favorit rein. Und wenn du als Spieler, weißt du, ich meine, ich habe es oft angesprochen. Am Tag eins, wo ich angekommen war, wusste ich schon, bei diesem Verein will man nicht gewinnen. Da muss man gewinnen, da muss man Meister werden. Und wenn man dieser Druck nicht gewachsen ist, dann wird es schwieriger als Spieler von Bayern. Und alle, die hier jetzt auf dem Platz stehen, die kennen den Druck. Ich meine, da sind Weltmeister dabei, die haben alles gewonnen. Andere, die wollen gerne viel gewinnen und die haben den Ehrgeiz. Und den Druck, dass die fast jedes Spiel Favorit sind. Das ist aus Bayern-Spielen ziemlich gewonnen. Gut, damit muss man wahrscheinlich umgehen können. Ja, wenn du das nicht schaffst, dann wird es schwierig bei diesem Verein.